Ein letzteres. Ein männlicher Briefmark erlebte, erlebte, was Schönes, bevor er klebte, er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen, so lebte er sie vergebens. Es war vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Das ist die Tragik des Lebens. Das ist die Tragik des Lebens.